Du möchtest gerne die Fillerbehandlung oder Hyaluronsäurebehandlung durchführen bei den Patienten und bis noch ganz am Anfang, dann ist das hier der perfekte Start für das Basic-Wissen. Einer dieser Filler ist eben die Hyaluronsäure, die sich sehr etabliert hat in der ästhetischen Behandlung und da ist schon die Frage, was brauchst du überhaupt, um das durchzuführen und worauf solltest du achten? Wenn du ein approbierter Arzt bist, dann kannst du die Hyaluronsäure-Therapie durchführen und benötigst nicht eine zusätzliche Fachbezeichnung. Das ist auch, weswegen unsere Online-Kurse für alle verfügbar sind, CME-zertifiziert. Das sollte auf jeden Fall egal, ob online oder vor Ort durchgeführt werden, da man ansonsten doch einige kleine Fehler machen kann in der Handhabung oder wenn man die Anatomie nicht so parat hat. Welche Art von Behandlung willst zu durchführen? Denn es gibt eigentlich die Lippenbehandlung, es gibt die Behandlung der Tränenrinne, man kann zum Beispiel die Wangen behandeln, man kann perioral die kleinen Fältchen therapieren. Es gibt auch die Möglichkeit, die Nase zu behandeln, da ist aber eher Vorsicht geboten, weil auch starke Komplikationen drohen können. Ohrläppchen, Handrücken, Hals, alles Möglichkeiten und die einen sind etwas komplexer als die anderen. Von daher starten wir mit der aller, aller simpelsten Behandlung und zwar, du wirst lachen, die Ohrläppchen-Behandlung, aber für den Start und für das Handling-Gefühl sehr gut geeignet. Dafür, du kannst auch einfach in unserem Online-Kurs nochmal nachschauen oder hier bei YouTube haben wir kleine Ausschnitte, ist es wichtig, dass du auf die Vernetzung der Hyaluronsäure achtest. Denn die Hyaluronsäure kann quervernetzt sehr hoch- oder niedrigviskös sein. Sprich, sie saugt sehr viel Wasser an und lässt sich schlechter abbauen oder sie ist eher oberflächlich und wenn sie oberflächlich ist, ist sie in der Regel nach drei bis sechs Monaten auch schon wieder abgebaut vom Körper. Wenn wir oberflächlich sagen, gibt es ja die einen oder anderen, die schon direkt an die klitzekleinen Knitterfältchen denken, denn die kann man damit relativ gut behandeln. Während tiefe Volumendefekte, da muss natürlich eine schwer abbaubare, stark quervernetzte Hyaluronsäure vorhanden sein, damit sie in der Tiefe viel Wasser absorbiert und ein Volumendefekt aufgehoben werden kann. Also wenn du die Vorläppchen-Therapie durchführst, das ist etwas, wo niedrige Komplikationsraten auftreten oder zum Beispiel auch Handrücken. Das ist ähnlich, einfach weil wir da nicht so viel verletzen können, außer natürlich bei Gefäßen ist grundsätzlich immer die Gefahr da. Viele Patienten kommen ja in die Praxis und sagen, ich möchte gerne in diesem Bereich Botox spritzen lassen. Also mach am besten eine Kombinationstherapie, denn die Nasolabialfalte wird natürlich mit Hyaluronsäure therapiert. Aber wenn man dann das Gesamtbild des Patienten sich anschaut, kann man schauen, wo ist denn eine ästhetische BTX-Behandlung ergänzend möglich, damit das Gesamtergebnis harmonisch ist. Wenn ihr dann schon in der Gesichtsanalyse seid, gibt es das sogenannte Goniometer. Und das Goniometer zeigt euch ästhetische Winkel und Linien im Gesicht an. Und das hilft euch wiederum, ein gesamtes harmonisches Ergebnis zu erzielen. Denn es kann zum Beispiel sein, dass die Patientin ein sehr stark, ja vielleicht nach hinten verschobenes Kinn hat, eine Retognatie. Das ist eine Möglichkeit, wo man sagt, ein Kinnaufbau macht Sinn oder eine Kinnkonturierung. Und plötzlich zeigt sich der Bereich um den Mund herum deutlich harmonischer, obwohl die Patientin vielleicht in die Nasolabialfalte Hyaluronsäure hätte initiiert bekommen wollen. Ja, also das sind Möglichkeiten, die man vorher beachten sollte. Schaut euch das einmal an, besorgt es euch auch gerne, wendet es am Patienten an, denn da messt ihr wirklich die Winkel einmal in diesem Bereich, aber auch zwischen Hals und Kinn oder auch Nase, Stirn. Und da ergeben sich viele Möglichkeiten für das ästhetische Gesicht. Und ja, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, schaut gerne, auf unserer Webseite vorbei. Wir haben Online-Kurse, CME-zertifiziert, auch zur ästhetischen BTX-Behandlung, auch mit handsignierten Zertifikaten, die wir euch postalisch zuschicken, sodass ihr anschließend direkt loslegen könnt. Abonniert gerne unseren Kanal, wir machen regelmäßige Webinare und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du einschaltest.